Paulus hat mal gesagt, die Botschaft vom Kreuz ist für viele eine Torheit. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Uns, die wir geheilt werden, ist es eine Gotteskraft. Uns, die wir von Gott geleitet werden, ist es eine Gotteskraft. Uns, die wir einen Frieden kriegen, mitten in einer stürmischen Welt, ist es die absolute Gotteskraft. Gott, du bist allmächtig, Gott, du bist wunderbar. Du bist der Ich bin, der ich bin. Du bist der Ich bin, der ich sein werde. Du sprichst und es kommt in Existenz.